Musik Die Kleinen sind schon ganz aufgeregt, denn sie wissen, heute ist Mini-Girls' Day. Da dürfen die Mädels mal in einen typisch männlichen Beruf reinschnuppern, und zwar in den eines Piloten, sprich einer Pilotin. Und spätestens im Cockpit war es für einige ganz klar. Wenn ich groß werde, will ich Pilotin werden. Die Mädels haben das Steuer schon fest im Griff und sind begeistert von der Vorstellung, einmal selber einen tonnenschweren Koloss zu pflegen. Ich glaube, es ist für Jungs und für Mädchen. Auch bei der Landesrätin werden in diesem Moment Kindheitserinnerungen wach. Ich wollte gern was mit Holz machen, Tischlangen oder sowas ähnliches. Aber es ist total toll, wenn die Mädchen einfach etwas entdecken, sehen, was vielleicht ganz anders ist, als das, was sie so im Alltag haben. Und wenn sie da Interesse bekommen, Pilotin zu werden. Pilotin Astrid hat sich ihren Kindheitstraum erfüllt, auch wenn es nicht immer ganz leicht war. Ich bin eine Quereinsteigerin und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und ich möchte einfach vermitteln, ganz egal, wann einem der Gedanke kommt, dass man was gern machen will, dann soll man es machen. Und eins machen die Kleinen nach dem heutigen Ausflug fix, sich von den typischen Rollenklischees endgültig verabschieden. Fog, Kula, Mini Girls Day!